Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und willkommen zu einem kleinen Kill-Analyse-Video, was ich heute mal vorbereitet habe. Was ist eigentlich ein Kill-Analyse-Analyse-Video? Ich wollte euch zeigen, warum ich eigentlich immer so schnell in Call of Duty sterbe, weil ich ja als schlechtester Spieler gelte. Und aus dem Grund habe ich einfach mal gedacht, jetzt mache ich mal so ein kleines Analysen-Video. So, da sieht man mich eigentlich ganz normal. Ich bin hier nicht am Campen oder so, wie das viele immer meinen, dass ich Camper wäre. Nee, ich laufe hier ganz normal rum. Und da haben wir natürlich schon eine kleine Situation. Wir können jetzt auch gleich mal nach oben scrollen. Dort oben befindet sich nämlich gerade ein Feind. So, besser gesagt zwei Feinde, die kann man auch als Camper deklarieren. Und da unten bin ich. Ich habe jetzt auf Feind-Modus gestellt. Also, ich bin jetzt nicht der Feind, sondern da oben sind die Camper. Jetzt laufe ich nach oben. Der eine Camper guckt schon in Richtung YouTube Gamescom und er denkt sich, oh, gefundenes Fressen. Richtig geil. Und da wartet natürlich noch sein Kompagnon. Der schützt natürlich diese, ja, diese Base sozusagen. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück und schauen uns das nochmal genau an, was jetzt gleich passiert. Ich, volle Kanne drauf, aber irgendwie bin ich unter Schock und kann das nicht mehr richtig deuten. Und jetzt schieße ich meinen ersten Schuss ab auf die Beine. Ihr seht, ich schieße mehrmals auf die Person ein, treffe aber leider nur dieses komische Mauerwerk. Und nun schieße ich weiter. Es ist ein richtiger Kampf, der hier gerade entsteht. Und nun kommt etwas richtig Blödes und zwar der Camper. Der Camper kommt aus der Ecke geschossen und tötet mich gleich. Ihr könnt das jetzt gleich sehen. So. Und ihr seht schon, der GT Ruben XX hat mich weggekämmt. Und das ist ein richtiges Fallbeispiel von einem Camper. So sieht er aus und ich denke einfach, ja, das ist ein Camper. So sieht er aus. Richtig krasse Aktion. Jetzt gucken wir einfach mal, ob er vielleicht noch mehr wegkämmt. So, wir können jetzt mal nach vorne scrollen. Töck, 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 töck. Okay, ich glaube der Camper, der will hier nichts mehr. Aber auf jeden Fall haben wir noch ein 1 zu 0 rausgehauen. Und ich wollte einfach mal das Video machen, was ihr denn von Camper haltet. Und ich finde Camper richtig scheiße. Die machen das Spiel fast unmöglich zu spielen. Und ich finde das kacke. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer JoeGames.com auf der Playstation 3. Ciao.